Freundinnen und Freunde der Sterne, liebe Community, herzlich willkommen zu diesem Special. Ein neuer Karma-Zyklus beginnt. Die Schicksalsanzeiger des Horoskops, die Mondknoten, wandern am 17. Juli in die Zeichen Widder und Waage und damit beginnt ein neuer großer Mondknotentransit von insgesamt rund eineinhalb Jahren. Und der erstreckt sich vom 17. Juli 2023 bis zum 12. Januar 2025 und erzeugt in dieser Zeit eine neue Energiewelle im persönlichen Horoskop. Und das wollen wir uns gleich näher anschauen. Vorher möchte ich euch aber noch mal ganz kurz einladen, mit mir ein bisschen Astrophysik zu machen und euch erklären, was die Mondknoten überhaupt sind, damit ihr den tieferen Sinn davon versteht, warum sie im Horoskop so eine große Rolle spielen. Die Mondknoten, das ist hier schematisch dargestellt, die errechnen sich aus der Umlaufbahn der Mond hin um die Erde und diese Mondumlaufbahn schneidet an zwei Stellen die Erdumlaufbahn um die Sonne, die sogenannte Ekliptik. Wir haben hier also ein Zusammenspiel von Sonne, Mond und Erde und die Mondknoten sind keine Himmelskörper, sondern wichtige astronomische mathematische Punkte. Und welch große Rolle sie spielen, wird klar, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Mondknoten immer beteiligt sind, wenn wir eine Sonnen- oder Mondfinsternis haben. Im Horoskop einer Finsternis stehen die Mondknoten immer in Konjunktion, also in einer engen Verbindung mit dem Neumond oder dem Vollmond. Die Mondknoten entstehen also durch das astrophysische Verhältnis von Sonne, Erde und Mond am Himmel und deswegen haben sie natürlich auch in der Astrologie eine große Bedeutung. Denn die Mondknoten bündeln die Kräfte von Sonne, Mond und Erde, der drei Himmelskörper, die unser Leben entscheidend tragen und prägen. Sie haben deswegen im Horoskop eine immense Bedeutung für das gesellschaftliche und private Leben der Menschen hier auf der Erde. Und diese immense Bedeutung für unser menschliches Leben, respektive für die zwölf Sternzeichen und die Aszendenten, die schauen wir uns jetzt gleich an. Wichtig noch für den Hinterkopf, die Mondknoten bewegen sich entgegen der Richtung aller anderen Planeten rückwärts durch den Tierkreis. Das heißt, sie kommen jetzt aus den Zeichen Stier und Skorpion, das seht ihr hier abgebildet. Die standen in den letzten 18 Monaten im Fokus, nämlich vom Januar 2022 bis eben jetzt, Januar 2021, Entschuldigung, da habe ich mich verschrieben. Also sind ja immer eineinhalb Jahre, bis Juli 2023. Und jetzt laufen sie eben in die Zeichen Widder und Waage. Und die stehen dann als nächstes im kosmischen Scheinwerferlicht. Und zwar ganz besonders die Widdergeborenen und Widderaszendenten, die den aufsteigenden Mondknoten beherbergen. Im persönlichen Erleben steht der aufsteigende oder auch nördliche Mondknoten für unseren Seelenweg im Leben, für unser spirituelles und seelisches Entwicklungsziel. Und demgegenüber steht der absteigende Mondknoten für den Bereich, der uns schon vertraut ist, wo wir herkommen. Er symbolisiert unser Karma, unsere frühkindliche Entwicklung und mögliche vorherige Leben, die wir bereits absolviert haben. Und deswegen ist es auch oft so, dass wir uns da, wo der absteigende Mondknoten steht, auch wieder hingezogen fühlen und es uns manchmal gar nicht so leicht fällt, uns in die Richtung des aufsteigenden Mondknotens zu entwickeln. Außerdem stehen die Mondknoten für wichtige Begegnungen mit Menschen, die unseren Lebensweg beeinflussen, auch mit dem Seelenpartner. Wenn eine solche Begegnung am absteigenden Mondknoten stattfindet, bringt sie oft Erinnerungen an die Vergangenheit zurück. So ein bisschen so ähnlich wie mit der rückläufigen Venus. Menschen, die wir im Bereich des aufsteigenden Mondknotens treffen, helfen uns auf unserem Weg in die Zukunft. Das sind oft sehr fruchtbare Begegnungen, die ganz tolle Entwicklungen im Leben anstoßen können. Wenn die Mondknoten jetzt die Achse Widder und Waage aktivieren, dann ist das zugleich auch die kosmische Beziehungsachse. Das heißt, das Beziehungsthema ganz allgemein, ob zwischen Liebenden, zwischen Freunden, Geschäftspartnern oder auch Ländern und auf der geopolitischen Ebene, wird enorm wichtig werden und da werden wahrscheinlich teilweise auch die Karten nochmal neu gemischt. Im Zusammenhang mit der Mondknotenachse sprechen wir häufig von Seelenpartnerschaften. Tatsächlich kann euch der Mondknoten Auskunft darüber geben, in welchen Lebensbereichen es nun wahrscheinlich ist, dass ihr Menschen trefft, die Seelenpartner sein können. Aber bevor wir da näher einsteigen, möchte ich euch dazu noch was ganz Wichtiges mitgeben. Wenn ihr einem solchen Seelenpartner begegnet, habt ihr wahrscheinlich das Gefühl, dass ihr euch zur richtigen Zeit am richtigen Ort trefft, um eine gemeinsame, wichtige Aufgabe in Angriff zu nehmen, ob privat, gesellschaftlich oder beruflich. Und oft ist dann auch noch eine tiefe Liebe oder enorme Anziehungskraft mit dabei. Aber bedenkt bitte, dass solche Seelenbegegnungen auch zu einem Zeitpunkt geschehen können, an dem man bereits feste Beziehungen bzw. familiäre und freundschaftliche Strukturen aufgebaut hat. Nicht immer ist mit der Zwillingsseele automatisch auch eine Liebes- oder Lebenspartnerschaft möglich. Das hängt davon ab, an welchem Punkt im Leben ihr jetzt steht. Vielleicht besteht die Aufgabe auch darin zu akzeptieren, dass jeder von euch bereits einen anderen Weg gewählt hat. Die große Liebe zeigt sich dann darin, dass ihr einander die Freiheit lasst, diesen Weg weiterzugehen und euch dennoch dabei in freundschaftlicher Liebe und Respekt unterstützt. Jemand, der darauf besteht, dass ihr für eine Seelenpartnerschaft eure bestehende Beziehung aufgebt und ein neues Leben anfängt, ist mit Vorsicht zu genießen. Und auch ihr selbst dürft euch nicht darauf versteifen, dass der Seelenpartner für euch sein bisheriges Leben aufgeben muss. Dann sind nämlich Enttäuschungen und Frustrationen vorprogrammiert. Aber woher kommt es, dass es nicht immer so geradlinig und glücklich läuft, auch wenn man sich sicher ist, seine Zwillingsseele gefunden zu haben? Das hat damit zu tun, dass diese tiefe Verbindung oft aus vorherigem Leben herrührt. Man hat sich dann verabredet, dass man auch im nächsten Leben wieder als Liebespaar zusammenkommen will. Aber das kriegt man natürlich so einfach nicht hin. Denn wer erinnert sich schon genau an sein vorheriges Leben und wann und wo er den Seelenpartner findet? Und dann ist es eine Frage von echter großer Liebe und Wertschätzung, dass man den Lebensentwurf der anderen Person akzeptiert, auch wenn es schmerzlich ist und man am liebsten wieder eine Liebesbeziehung gehabt hätte. Dabei fällt mir auch wieder ein, dass mal ein spiritueller Meister oder Meisterin zu mir gesagt hat, Also mach das nicht, verabrede dich nicht mit jemandem aus lauter Liebe, dass ihr auch im nächsten Leben wieder als Liebespaar zusammen sein wollt. Das gibt nur Stress. Das führt letztlich nur zu Leid und karmischer Verstrickungen. Man sollte sich immer freigeben. Große Worte. Aber wenn es optimal läuft, dann lernt man den Seelenpartner früh genug kennen, sodass man mit der Person ein gemeinsames Leben aufbauen und vielleicht sogar eine Familie gründen kann. Aber das ist auch gar nicht immer unbedingt der Sinn und Zweck von Seelenpartnerschaften. Sie können auch dazu führen, dass man sich gesellschaftlich oder politisch oder freundschaftlich gegenseitig unterstützt. Auch Freunde können Seelenpartner sein. Da kommt es dann darauf an, genau zu erspüren, was die Aufgabe dieser Verbindung ist. Im Zusammenhang mit dem Mondknotenwechsel und auch der rückläufigen Venus empfehle ich euch ganz dringend, die 90-Tage-Regel zu beherzigen. Das heißt, drei Monate abwarten, ehe ihr mit jemandem Neuem eine persönliche oder auch geschäftliche oder gesellschaftliche Verbindung eingeht, die lebensverändernd wirkt. Und das gilt ganz besonders in der Zeit zwischen dem 23. Juli und dem 4. September, wenn die Venus rückläufig ist. Der Kosmos macht uns zu Beginn des neuen karmischen Zyklus noch ein besonderes Geschenk, denn der Übergang der Mondknoten in die neuen Zeichen passiert genau zum Neumond im Krebs am 17. Juli. Das ist ein sehr intensiver Neumond mit durchaus herausfordernden Konstellationen, die könnt ihr euch nochmal im Juli-Video anschauen. Aber jetzt zum Wechsel der Mondknoten ist es ein wundervoller Neumond, um sich mit den Seelenthemen der nächsten eineinhalb Jahre zu beschäftigen. Behaltet das bitte im Hinterkopf, wenn ich euch gleich was darüber erzähle, wie die Mondknoten sich für die einzelnen Sternzeichen und Aszendenten auswirken. Lasst die Inhalte auf euch wirken und wenn ihr damit in Resonanz seid, dann könnt ihr die Themen in eine Neumond-Meditation einfließen lassen. Vielleicht sogar ein persönliches Ritual abhalten, um eure Wünsche und Ziele für den großen Mondknotentransit zu stärken und zu verankern. Über das Thema Ritual haben wir übrigens schon zweimal ausführlich im Livestream gesprochen. Wenn ihr darüber noch mehr wissen wollt, dann schaut euch doch einfach diese beiden Sendungen nochmal an. Das eine war Botschaften der Seele, der andere Beitrag hieß Göttin Neumond und in beiden Sendungen habe ich ausführlich erläutert, wie man ein Ritual durchführen kann. Also Anregungen gegeben. Jetzt wollen wir uns anschauen, wie sich der neue Mondknotentransit für die zwölf Sternzeichen bzw. Aszendenten auswirkt. Und in diesem Fall sind die Aszendentenzeichen sogar besonders wichtig. Schaut euch also am besten beides an, euer Sternzeichen und euren Aszendenten und fühlt, mit welchen Themen ihr in Resonanz seid. Und jetzt beginnen wir mit den Heldinnen und Helden dieses Transits, nämlich den Widergeborenen und Wider-Aszendenten. Ja, ihr Lieben, wenn ihr im Widergeboren seid oder einen Wider-Aszendenten habt, dann dürft ihr jetzt ins kosmische Scheinwerferlicht hinaustreten. Denn der aufsteigende Mondknoten steht in eurem Zeichen bzw. in Konjunktion mit eurem Aszendenten und das wird euch in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Was ihr sagt und tut, bekommt Vorbildcharakter und eure Meinung ist wichtig. Begegnungen sind möglich, die eine geradezu karmische Tiefe haben und lebensverändernd wirken können. Potenzielle Partner fühlen sich von euch angezogen, als hättet ihr ein Schild mit der Aufschrift Seelenpartner auf der Stirn. Das ist wunderbar, falls ihr Single und auf der Suche seid, denn nun könnt ihr wirklich jemanden kennenlernen, der oder die für euch richtig ist. Und wenn ihr bereits in einer Beziehung seid, kann es auch sein, dass nun eine Seele bei euch als Kind inkarnieren möchte. Euer soziales Leben kann sich um Kontakte mit Menschen bereichern, bei denen ihr das Empfinden habt, sie schon lange zu kennen. Auch beruflich wird euch der aufsteigende Mondknoten wahrscheinlich Gelegenheiten zum Erfolg bringen. In eurer Karriere kann eine bedeutende Person in euer Leben treten, die einen tiefgreifenden Einfluss auf eure Zukunft hat. Ihr könnt jetzt auf eurem Weg der persönlichen Entwicklung und des Wachstums ein großes Stück vorankommen und begegnet dabei den richtigen Menschen zur richtigen Zeit. Es liegt an euch, auf diese Menschen zu hören, die in euer Leben treten und die ihr für klug, weise und erfolgreich haltet. Sie können euch Wissen und Chancen vermitteln, die euren Erfolg und euer persönliches Wachstum fördern. Aber auch ihr selbst könnt mit dem, was ihr tut und erkennt, Trends setzen und der Gesellschaft einen Stempel aufdrücken. Ich hoffe, ihr seid bereit, die damit verbundene Verantwortung zu übernehmen und euch von eurer besten Seite zu zeigen. Der absteigende Mondknoten in der Waage fällt ja in euer Partnerhaus. Und das zeigt an, dass Menschen, denen ihr jetzt begegnet, dadurch möglicherweise mit ihrem Karma konfrontiert werden. Ihr seid dann sozusagen die Seelenbotschafter für andere und das erfordert eine gewisse Feinfühligkeit. Eventuell müsst ihr darauf gefasst sein, dass Menschen die Begegnung mit euch als faszinierend, aber gleichzeitig auch sehr intensiv, vielleicht sogar schmerzlich empfinden und eine Weile brauchen, um sich auf euch einzustellen. Für euch Wittergeborene und Witterasszendenten ist das eine tolle Gelegenheit zu üben, aus den Kräften des Egos in die Kräfte des Höheren Selbst zu kommen, falls noch nicht geschehen, und Begegnungen und Erfolgschancen mit mehr Weisheit und Empathie wahrzunehmen und zu gestalten. Und jetzt machen wir weiter mit den Stiergeborenen und Stierasszendenten. Für euch wandert der aufsteigende Mondknoten ins kosmische 12. Haus der Spiritualität und des Rückzugs. Und weil der Mondknoten ja auch für neue Verbindungen steht, werdet ihr wahrscheinlich einen besonders guten Draht zur geistigen Welt und zu spirituellen Sphären entwickeln. Es kann sein, dass ihr jetzt besonders wählerisch darin werdet, mit wem ihr euch einlasst. Der aufsteigende Mondknoten stand ja die letzten eineinhalb Jahre in eurem Zeichen und ihr habt wahrscheinlich viele Leute kennengelernt und euer Leben ist reicher und aufregender geworden. Jetzt braucht ihr Zeit, all das zu sortieren und der Mondknoten in 12 gibt euch die Gelegenheit wahrzunehmen, welche Weggefährten euch auch weiterhin begleiten sollen und werden. Ihr werdet feinfühliger und nehmt auch die Dinge unter der Oberfläche wahr. Wenn ihr spirituell arbeitet, dürft ihr euch auf eine besonders ergiebige und wahrscheinlich auch erfolgreiche Phase freuen. Während der nächsten 18 Monate werden Menschen, die euren Rat suchen und brauchen, euch finden, selbst dann, wenn ihr euch nicht aggressiv vermarktet. Eure Intuition wird sich wahrscheinlich auch schärfen und es kann sogar sein, dass ihr in euren Träumen Menschen begegnet, die ihr nachher tatsächlich trefft oder kennenlernt. Auch Heilung durch spirituelle Rituale oder mit schamanischer Arbeit könnte eine wichtige Rolle spielen, denn Heiler Chiron steht ebenfalls im spirituellen Bereich eures Horoskops. Und wenn ihr noch Single seid, trefft ihr Seelenpartner möglicherweise im Zusammenhang mit spiritueller Arbeit oder vielleicht auf einem Meditationsretreat oder Ähnlichem. Der absteigende Mondknoten wandert nun durch euer sechstes Haus der Gesundheit und des Joballtags. Hier sind die ganzen Alltagsroutinen, eure Ernährung und eure täglichen Lifehacks, die ihr so liebt. Die Botschaft scheint zu sein, dass die Ausrichtung bei Gesundheits- und Alltagsthemen jetzt eher in die psychologische und geistige Richtung geht. Falls ihr gesundheitliche Probleme habt, schaut doch mal, ob die Ursachen mehr in der seelischen und psychischen Sphäre zu finden sind, anstatt nur, sie auf der körperlichen Ebene zu behandeln. Das gilt auch für eure Patientinnen und Klienten, falls ihr in einem heilenden oder helfenden Beruf arbeitet. Kurz gucke ich noch mal im Chat, ob noch was Wichtiges aufgetaucht ist. Griechenland ist jetzt noch dazugekommen. Herzliche Grüße. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit den Zwillingen und Zwillinge-Ascendenten. Und für euch, meine Lieben, wird der aufsteigende Mondknoten das 11. Haus eurer Freundschaften, Interessensgruppen, Vereine und Communities aktivieren und euch mit spannenden neuen Menschen in Verbindung bringen. Freunde, wie ich schon gesagt habe, können auch Seelenpartner sein, von denen ihr viel lernen könnt und die euch auf eurer Reise durch das Leben ein Stück begleiten, manche sogar für immer. Wie wichtig Freundschaften und auch Aktivitäten mit gesellschaftlichen Gruppierungen sind, gerade für euch mit eurem großen sozialen Bewusstsein, werdet ihr erfahren dürfen. Und für alle Singles, die sich einen Partner wünschen, können sich durch Freizeitaktivitäten oder gesellschaftliche Engagements wunderbare Kontakte ergeben. Wenn ihr euch jetzt einer Künstler-Community oder einem Verein anschließt, ich würde mich nicht wundern. Falls ihr in den sozialen Medien tätig seid, kann euch der neue Mondknoten-Transit hier eine wachsende Community bescheren, die sich intensiv für eure Inhalte interessiert. Freut euch auf diese tolle Erfahrung. Sie wird euch viel Glück bescheren. Demgegenüber wird der absteigende Mondknoten durch euer fünftes Haus der Lebensfreude laufen. Das interpretiere ich so, dass es jetzt nicht nur um euren persönlichen Spaß geht, sondern dass ihr euch tatsächlich überlegen sollt, wo ihr eure besonderen Fähigkeiten in der Gesellschaft einbringen könnt, sodass auch andere was davon haben. Oder es geht darum, auch mal zurückzustecken, um für gute Freunde da zu sein. Und wenn es vielleicht in eurer Vergangenheit Zeiten gegeben hat, in denen ihr Freunde oder andere nahestehende Menschen vernachlässigt habt, um eurem persönlichen Vergnügen nachzugehen, dann könnt ihr dieses Karma jetzt auflösen, indem ihr euch bewusst für andere einsetzt oder eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmt. Und das kann euch genauso viel Spaß machen. Jetzt kommen wir zu den lieben Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Und bei euch wandert der aufsteigende Mondknot durch das zehnte Sonnenhaus der Karriere. Das ist ein Hinweis darauf, dass ihr in den nächsten eineinhalb Jahren große Erfolge und Anerkennung erlangen könnt. Ihr trefft einflussreiche Menschen, die euch auf eurem Karriereweg wichtige Impulse geben und Türen öffnen. Singles können Seelenpartner im beruflichen Zusammenhang treffen. Wenn es natürlich euer persönliches Lebensziel ist, zu heiraten, kann der Mondknoten im zehnten Haus auch bedeuten, dass das nun wahr wird und ihr einen Antrag erhaltet oder eure Hochzeit plant. Wenn euch aber Menschen beruflich Türen öffnen, dann solltet ihr auch hindurchgehen. Das ist ganz wichtig. Auch Chiron steht in diesem Bereich eures Horoskops und macht es euch nicht immer leicht, eure Karriere voranzutreiben. Es scheint immer irgendetwas zu geben, was geheilt werden muss. Zum Beispiel eure Tendenz, zurückzustecken, um andere vorzulassen. Es kann aber jetzt wichtig werden, dass ihr energischer euren eigenen Weg geht und eure persönlichen beziehungsweise beruflichen und gesellschaftlichen Ziele verfolgt. Deshalb geht den Menschen, die entsprechende Angebote für euch haben und euch anspornen, nicht aus dem Weg. Der absteigende Mondknoten in der Waage befindet sich in eurem kosmischen Familienbereich und es kann durchaus sein, dass es euch immer wieder dorthin zurückzieht und es euch schwerfällt, die Bedürfnisse der Familie, wenn nötig, auch mal zurückzustellen, um eure Karriere zu verfolgen. Eventuell müssen hier karmische Bindungen, die euch zu sehr festhalten, durchtrennt werden, damit ihr freier werdet, euren eigenen Weg zu gehen. Wenn ihr immer wieder eine starke Spannung zwischen familiären Angelegenheiten und Karrierewünschen empfindet, kann es sich für euch lohnen, durch eine Rückführung in ein vorheriges Leben oder durch Ahnenforschung oder eine Familienaufstellung mehr über eure Herkunft zu erfahren und dadurch vielleicht auch die Ursachen für eure derzeitigen Herausforderungen zu finden. Wenn ihr im Löwen geboren seid oder einen Löwe-Ascendenten habt, dann wandert der aufsteigende Mondknoten nun ins kosmische neunte Haus und weckt euer Fernweh, euer Interesse an fremden Kulturen und neuen Weltbildern. Vielleicht könnt ihr in den nächsten eineinhalb Jahren mal eine längere Reise antreten? Auch philosophische Fragen können jetzt euer Interesse wecken. Und wenn ihr schon länger von einer bestimmten Fortbildung träumt, könnt ihr nun endlich den Traumkurs oder Traumlehrer finden, um euch hier weiterzuentwickeln. Während ihr reist oder euch weiterbildet, könnt ihr auf Seelenpartner treffen. Vielleicht Menschen, mit denen ihr auf einer ganz besonderen Wellenlänge liegt und euch sogar mit metaphysischen Fragen beschäftigen könnt. Singles auf der Suche sollten sich auf jeden Fall vor die Tür begeben und fernere Horizonte anstreben oder auch Menschen aus fremden Kulturen kennenlernen. Denn hier können sie ihren Seelenpartner finden. Aber auch die anderen Löwegeborenen werden wahrscheinlich interessante neue Freunde treffen. und auch geschäftlich tut sich besonders viel, wenn es mit dem Ausland zu tun hat. Wenn ihr selbst im Bereich Bildung, Lehre und Forschung tätig seid, werdet ihr damit wahrscheinlich sehr erfolgreich sein, zum Beispiel durch eine Veröffentlichung. Der absteigende Mondknoten wandert zeitgleich durch euer drittes Haus. Das heißt, die gesamte Wissensachse des Horoskops ist jetzt aktiviert. Für euch geht es aber nicht um den Volkshochschulkurs, um die Ecke oder um Neuigkeiten in der Nachbarschaft, sondern ihr solltet wirklich in die Ferne schweifen beziehungsweise euch mit größeren gedanklichen Modellen beschäftigen. Offenbar habt ihr vor Ort schon viel gelernt und erkannt. Nun geht es darum, eure Erkenntnisse im größeren Zusammenhang zu erproben und vielleicht sogar gemeinsam mit interessanten Menschen kultur- und grenzübergreifende Projekte zu starten. Und wir kommen zu den Jungfraugeborenen und den Jungfrauszendenten. Für euch, meine Lieben, wandert der aufsteigende Mondknoten für die nächsten 18 Monate durch euer achtes Sonnenhaus, den Bereich für Verbindlichkeiten und Verträge. Beziehungen gewinnen jetzt an Tiefe und Verpflichtung. Für manche von euch werden wohl die Hochzeitsglocken läuten. Grundsätzlich ist es jetzt wichtig für euch, verantwortlich mit dem Besitz und den Werten umzugehen, die ihr mit anderen teilt, zum Beispiel mit eurem Ehepartner oder Geschäftspartner. Es könnte auch eine gute Idee sein, euren Kindern durch eine Schenkung vorzeitig etwas zu vererben. Und wenn es im Bereich eurer Steuern was aufzuräumen gibt, solltet ihr das ebenfalls in Angriff nehmen. Seelisch gesehen ist das nun eine Zeit, in der ihr euch fester bindet und tiefer einlasst. Wenn ihr noch Single seid und mit dem Mondknoten in Acht auf einen Seelenpartner trefft, dann ist es tatsächlich wahrscheinlich, dass ihr mit dieser Person auch eine tiefe Bindung eingehen könnt. Auf der psychologischen Ebene fördert der Mondknoten-Transit die Arbeit mit Therapien und auch die Erforschung eurer dunklen Seiten. Wolltet ihr schon immer mal eine Therapie machen, für euch selbst oder gemeinsam mit dem Partner? Dann sind die nächsten eineinhalb Jahre genau richtig dafür. Auch wichtige persönliche Transformationserfahrungen können für euch anstehen. etwa die Heilung eines alten seelischen Traumas. Denn auch Chiron steht ja in diesem Bereich. Wenn ihr spirituell arbeitet, ist das auch eine gute Zeit, tiefer in die Geheimnisse des Lebens und des Universums einzudringen. Die Energie des absteigenden Mondknotens bringt euch mit eurer finanziellen Vergangenheit und eurem Geldkarma in Berührung. Nicht nur eure finanziellen, auch eure persönlichen Werte erfahren jetzt eine Überprüfung. Es geht darum, ob ihr bereit seid, über eure persönlichen Wünsche und Bedürfnisse hinaus Verantwortung für eine gemeinsame Zukunft mit anderen zu übernehmen. Und weiter geht es mit den Vagegeborenen und Vage-Ascendenten. Für euch wird der aufsteigende Mondknoten durch das kosmische Partnerhaus laufen. Besonders für die Singles unter euch werden dadurch die Chancen auf eine bedeutende neue Beziehung signifikant erhöht. Die Mondknoten können euch in Kontakt mit eurer Seelenpartnerin oder eurem Seelenpartner bringen. Der Person, mit der ihr eine wichtige gemeinsame Lebensaufgabe habt. Im besten Falle kann daraus eine wunderbare Liebesbeziehung und Lebenspartnerschaft werden. Jedoch ist diese Person nicht automatisch auch die Liebespartnerin oder der Liebespartner. Es kann ja sein, dass ihr bereits gebunden und in euren bestehenden Beziehungen glücklich seid. Dann stellt ihr vielleicht fest, dass euch eine andere Sache zusammengeführt hat. Vielleicht kommt die Seelenpartnerin oder der Seelenpartner in Form einer Freundin oder eines Arbeitskollegen, die euch wichtige Türen öffnen. Das kann ein neuer Job sein, die Gelegenheit etwas zu kaufen, was ihr schon lange gesucht habt. Oder ihr findet durch diesen Kontakt endlich die Ärztin oder den Heiler, den ihr jetzt braucht. Denn auch Heiler Chiron steht ja bei euch im Partnerhaus. Da müsst ihr genau hinschauen und feinfühlig sein. Der absteigende Mondknoten steht bei euch im eigenen Zeichen beziehungsweise am Aszendenten. Das heißt, dass die Begegnungen, die ihr jetzt habt, euch mit eurem persönlichen Karma in Verbindung bringen können. Sie können euch also unter die Haut gehen und vielleicht ist das auch schmerzlich, je nachdem, ob es in eurer Vergangenheit Sachen gibt, die ihr bereut oder die einfach noch zu heilen sind. Dann nehmt das als Chance, daran zu arbeiten. Es kann aber genauso gut sein, dass ihr erfreut feststellt, wie viele Menschen es doch gibt, die euch immer schon gemocht haben und die jetzt vielleicht wieder auftauchen, nachdem ihr sie längere Zeit nicht gesehen hattet. Und jetzt sind wir bei den Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Für euch gehen jetzt eineinhalb Jahre mit dem absteigenden Mondknoten in eurem Zeichen zu Ende und ein karmischer Zyklus schließt sich. Der aufsteigende Mondknoten geht jetzt in euer sechstes Haus, der absteigende ins zwölfte. Das ist die Heilerachse des Horoskops. Die letzten eineinhalb Jahre haben vielen von euch ziemlich intensive karmische Lektionen gebracht. Gut möglich, dass ihr jetzt den Wunsch verspürt, euch um eure Gesundheit und euren Alltag zu kümmern und eure Erkenntnisse so umzusetzen, dass euer Leben gesünder und stressfreier wird. Das wäre jedenfalls eine gute Idee und dabei würde euch den Mondknoten jetzt unterstützen. Zum Beispiel, indem ihr Menschen trefft, die, was Gesundheitsroutinen und Ernährungsfragen angeht, mit euch auf einer Wellenlänge liegen und euch gute und nützliche Impulse geben. Vielleicht findet ihr auch den richtigen Heiler oder die richtige Ärztin, nach der ihr schon lange gesucht habt. Oder eine ewig verschobene OP kann nun endlich durchgeführt werden. Jedenfalls geht es ganz konkret darum, dass ihr euren Alltag, eure Gesundheit und auch eure Büroumgebung so gestaltet, dass sie euch zuträglich sind. Und ihr werdet die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt treffen, die euch dabei helfen. Und wenn ihr Single seid, verlebt ihr euch vielleicht in eine Arzthelferin oder einen Heiler oder einen Seelenpartner, kreuzt euren täglichen Weg zur Arbeit oder taucht im Fitnessstudio auf. Der absteigende Mondknoten im 12. Haus weist darauf hin, dass ihr euch möglicherweise nicht mehr so sehr abkapseln und zurückziehen solltet, falls ihr das in der Vergangenheit getan habt. Geht wieder mehr in den Kontakt mit Menschen. Falls ihr selbst in helfenden und heilenden Berufen tätig seid, dürft ihr euch auf eine erfolgreiche Zeit mit dankbaren Patientinnen und Klienten freuen. Und jetzt schauen wir für die Schützegeborenen und Schützeaszendenten. Für euch wandert der aufsteigende Mondknoten nun durch das 5. Haus der Lebensfreude und der Kinder. Und das ist sehr angenehm. Denn die Seelenaufgabe ist jetzt, kreativ zu sein, euch schöpferisch auszudrücken, euer Herz zu öffnen und euch am Leben zu erfreuen. Wenn ihr einen festen Partner habt und euch einen Kinderwunsch verbindet, kann der in den nächsten eineinhalb Jahren in Erfüllung gehen. Habt ihr eigene Kinder? Dann genießt die Zeit mit ihnen ganz bewusst und spürt, wie sehr ihr selbst dabei Energie tanken könnt und auch, wie ihr durch eure Kinder wichtige Dinge über euch und eure Persönlichkeit lernt. Falls ihr einen sportlichen Herzenswunsch habt, beispielsweise endlich mal an einem Marathon teilzunehmen und dafür zu trainieren, solltet ihr den nun auch umsetzen. Und wenn ihr kreativ arbeitet, dann lasst die Energie eures Herzens in eure kreativen Babys fließen. Dabei fördert ihr zugleich auch eure Selbstliebe. Falls ihr noch Single und auf der Suche seid, könnt ihr euren Seelenpartner finden, indem ihr euren Hobbys und Interessen nachgeht. Dabei begegnet ihr vielleicht einem tollen Menschen, der für dieselben Dinge schwärmt wie ihr. Der absteigende Mondknoten wandert derweil durch den Bereich eurer Freundschaften und Communities und kann euch hier mit eurem Karma konfrontieren. Denkt also mal drüber nach, ob ihr in der Vergangenheit mal jemand in einer Freundschaft oder Gemeinschaft vor den Kopf gestoßen oder hängen gelassen habt. Dann bekommt ihr jetzt die Gelegenheit, das wieder gut zu machen und dabei die Kraft eures Herzens einzusetzen. Und jetzt geht's weiter mit den Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Für euch bewegt sich der aufsteigende Mondknoten für die nächsten eineinhalb Jahre durch euer viertes Sonnenhaus des Heims, der Herkunfts- oder der eigenen Familie und auch der seelischen Heimat. Das ist eine wichtige Zeit, um sich mit den eigenen Wurzeln zu beschäftigen, eine Familie zu gründen oder die persönliche Wohnsituation zu verbessern. Für euch wird die Problematik, sich zwischen der Karriere und euren persönlichen und familiären Bedürfnissen aufzuteilen, besonders spürbar, denn Heiler Chiron befindet sich zusammen mit dem Mondknoten im Heimatbereich. Vielleicht muss hier was geheilt werden, um den Weg für schöne und vitale Erfahrungen und Entwicklungen in der Familie freizumachen. Gibt es vielleicht ein schwarzes Schaf, das wieder in den Schoß der Familie zurückkehren sollte? Denkbar ist auch, dass ihr euch innerhalb der Großfamilie engagiert und ein Ehrenamt übernehmt. Wenn ihr im Zeichen Steinbock geboren seid, habt ihr einen lebenslangen natürlichen Drang, euch in Richtung zehntes Haus, sprich Karriere und gesellschaftliche Position zu entwickeln. Hier steht aber nun der absteigende Mondknoten in der Waage. Das kann bedeuten, dass es wichtig wird, gelegentlich mal Karriereziele zurückzustellen, weil familiäre Entwicklungen wichtiger sind. Meine Erfahrung ist, dass die allermeisten Steinböcke sowieso im Grunde Familienmenschen sind und sich in erster Linie beruflich abrackern, damit ihre Lieben es gut haben. Vielleicht ist es nun angesagt, dass ihr auch selbst mehr Qualitätszeit mit euren Lebensmenschen, Familienmitgliedern oder auch eurer Wahlfamilie verbringt. Wenn ihr Single seid, könnt ihr nun Seelenpartner treffen, indem ihr euch mit Heimatfragen beschäftigt. Vielleicht stellen euch Familienmitglieder auch jemanden vor oder ihr lernt Menschen kennen, wenn ihr eure alte Heimat mal wieder besucht. Es kann sich für euch auch sehr lohnen, Ahnenforschung zu betreiben oder eine systemische Aufstellung durchzuführen, falls in eurer Familienstruktur etwas geheilt werden sollte. Und wenn ihr tatsächlich den Eindruck habt, ihr müsst euch zwischen Kindern und Karriere entscheiden, legen die Mondknoten nahe, euch zumindest nicht gegen Kinder zu entscheiden. Bestimmt findet ihr Unterstützung und Zusammenhalt, sodass letztlich beides möglich wird, ein Kind willkommen heißen und weiterhin Erfolg haben. Und weiter geht es mit den Wassermanngeborenen und Wassermann-Ascendenten. Für euch verweist der aufsteigende Mondknoten im dritten Sonnenhaus darauf, dass Menschen euren Weg kreuzen, oft direkt in eurem täglichen Umfeld, die euch interessante Impulse geben oder Türen öffnen können. Im Job erfahrt ihr viele interessante News über den Flurfunk, im täglichen Leben durch eure Nachbarn. Haltet deswegen Augen und Ohren offen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nach einer Zeit im Homeoffice wieder mehr zurück an den Arbeitsplatz sollt, dann hat das vielleicht auch sein Gutes, weil es eben doch viele Dinge gibt, die einfach halt nachdem der Computer ausgeschaltet ist, noch besprochen werden. Und wenn ihr das mitkriegt, dann ist das auch günstig für euch. Wenn ihr Geschwister habt, können auch dadurch entscheidende Entwicklungen angestoßen werden, also können die Geschwister euch auch voranbringen. Der Mondknotentransit stellt zudem eine gute Chance dar, euer Wissen zu erweitern, zum Beispiel durch eine neue Sprache oder eine technische Fertigkeit. Auch falls ihr neue Wege der umweltfreundlichen Mobilität gehen wollt, ist das eine gute Gelegenheit. Wenn ihr Single seid, dann trägt der Mondknoten dazu bei, dass die Flirtchancen nicht abreißen. Gleichzeitig können neue Kontakte euch in wichtigen Bereichen unterstützen und ein Stück auf eurem Entwicklungsweg begleiten. Chiron, der ebenfalls im Widder steht, zeigt, dass euer Interesse an Verbesserungen der Gesellschaft, alternativen Heilmethoden oder auch der Einsatz für Schwächere euch in Kontakt mit spannenden Menschen bringt. Daraus können sich neue Freundschaften oder Interessensgemeinschaften entwickeln, ebenso wie Flirts und Beziehungschancen. Demgegenüber kann der absteigende Mondknoten im neunten Haus bedeuten, dass ihr gar nicht in die Ferne schweifen müsst, um spannende Erlebnisse zu haben und tolle Menschen zu treffen, sondern, dass vielleicht jetzt angesagt ist, die Menschen in eurer unmittelbaren Umgebung zu wertschätzen und näher kennenzulernen. Und der Kreis schließt sich mit den Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Gemeinsame Werte und euer Selbstwert, diese Themen werden wichtig, denn die Mondknoten aktivieren die Werteachse eures Horoskops. Der aufsteigende Mondknoten wandert nun durch das zweite Haus des Geldes und auch des Selbstwerts. Und das ist für viele Fischegeborene ein heikles Thema. Sie tun sich oft schwer damit, sich bei den Finanzen durchzusetzen und für ihre gute Arbeit auch einen entsprechenden Lohn zu verlangen. Worüber definiert ihr euch? Über eure materiellen Erfolge oder über eure persönlichen Wertvorstellungen? Was braucht ihr, um euch von anderen wertgeschätzt zu fühlen und was könnt ihr selbst tun, um euer Selbstwertgefühl zu steigern? Ist euer Selbstwert von eurem Kontostand abhängig? Solche Fragen werden euch beschäftigen. In eurem Geldhaus steht ja auch schon seit einigen Jahren Chiron und fordert euch auf, falls nötig, eure Geld- und Wertethemen zu heilen. Und zwar in der Hinsicht, dass ihr alte Glaubenssätze loslasst, die euch daran hindern, euch wertvoll zu fühlen und zu verlangen, was euch zusteht. Da könnt ihr jetzt weitere Fortschritte machen und auf Menschen treffen, die euch dabei helfen, hier wichtige Entwicklungsschritte zu gehen. Demgegenüber steht der absteigende Mondknoten in eurem achten Haus des gemeinsamen Besitzes und der Verbindlichkeiten. Das bedeutet, die Art, wie ihr in der Vergangenheit Verantwortung für gemeinsame Werte übernommen habt, hat einen großen Einfluss darauf, wie wertvoll ihr euch heute selbst fühlt und wie gut ihr mit eurem Geld umgeht. Gegebenenfalls kann es sich also lohnen, auch nochmal über eure finanzielle Vergangenheit nachzudenken und vielleicht auch von Menschen loszulassen, die euch in dieser Hinsicht negativ beeinflusst haben. Das waren meine Gedanken zur Reise der Mondknoten durchs Horoskop und dabei werde ich euch auch weiterhin begleiten, denn wir haben im Laufe der nächsten Monate einige spannende Konstellationen mit der Mondknotenachse. Zum Beispiel die nächste Sonnenfinsternis am 14. Oktober, gefolgt von einer Mondfinsternis am 28. Oktober. Die Mondknotenachse wird außerdem im Frühjahr 2024 über längere Zeit eine Verbindung mit Heilachiron eingehen und währenddessen haben wir auch eine Sonnenfinsternis am 8. April. Das halte ich auch für ein sehr wichtiges Datum. Der ganze April wird wahrscheinlich große Umwälzungen mit sich bringen. Das schauen wir uns dann alles noch an. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit mit eurem neuen Mondknoten-Transit möge er euch spannende neue Begegnungen und Erkenntnisse bringen.